hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kanal vorstellen heute der kanal play gamers check und hier sehen wir schon oben gerade auf der übersicht seite schönes banner mit musik und musik noch mal das ist ein musik kanal also hier gibt es musik zu spielen überspiele von spiel soundtracks und ja da schauen wir doch gleich erstmal rein hier gehen wir mal auf kanal info hier gibt es nur soundtracks größtenteils von spielen aber vielleicht auch mal von filmen haltet die ohren steif sehr cool auf jeden fall blog twitter news kanal let's play kanal google plus facebook twitch kanal ihr möchtet uns unterstützen du willst etwas spenden 67 abonnenten und 3214 aufrufe beitritt am 5 7 2013 saubär auf jeden fall dann gehen wir mal auf die playlist das haben wir denn hier so schönes 19 weitere ja ja jede menge coole sachen da gehen wir mal kurz durch lizenzfreie musik life is strange filme wwe titen tour und das ist vom wrestling richtig gut gears of war max pain assassin's creed max band tombrider ähm assassin's creed wieder sehr viele assassin's creed da waren auch geile musik l.a neuer geil watchdogs infamous journey cinematic heavy rain tombrider und behind two souls saukool ich würde sagen aus interesse ich würde einfach mal einmal rein und gehen wir mal hier lizenzfreie musik da geht es eine minute hören wir doch einfach mal rein dramatisch abonnenten geht es berner b und auf m oder Also sehr schöne Musik da oben, Epic War, finde ich sowieso geil, wenn das da drin steht, deswegen habe ich jetzt mal ein paar angeklickt, gehen wir mal kurz wieder auf Zurück, also sieht sehr gut aus, ihr habt ja sehr viel Musik und das ist natürlich auch eine richtig coole Idee, wenn wir jetzt mal auf Videos gehen, sieht man hier schon richtig viel los, also ihr habt ja auf jeden Fall viel zu hören, wenn euch die Musik gefällt, würde ich sagen wollt, oh, ich habe jetzt gerade Wrestling geguckt, mein Gott, ich wollte aber unbedingt von Kane nochmal hören, klickt einfach hier drauf an und dann habt ihr nochmal 3 Minuten 48, die coolten, schöne Musik über Kane, Gears of War und hier Max Payne, also ihr seht schon, reichlich, reichlich schöne Soundtracks, finde ich echt cool, echt cool gemacht, sowas muss ja auch sein, nicht nur das Play, sondern einfach auch die Musik davon, also finde ich sehr cool, also hier habt ihr jede Menge Sachen, okay, hoho, ist eine ganz schöne Menge drin, nicht schlecht, gut, dann gehen wir auf die Übersicht, gehen wir mal kurz durch hier oben, ja, 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 rastet gleich wieder aus, hier und will Musik spielen, natürlich auch HD-Qualität, ähm, dann haben wir die Uploads, vor 3 Tagen, vor 3 Tagen, alles vor 3 Tagen, jede Menge Musik kam vor 3 Tagen, dann die Lizenzfreie Musik gleich hier in Unterordner, sehr schön, dann haben wir Filme, gibt es den ganzen Filmmusik hier, dann vom Wrestling, Action Adventures, das gibt es die Tomb Raider, ganze Musik, Adventures, Mind to Souls, Heavy Rain, oh ja, sehr, auch sehr beide, sehr schöne Spiele, muss ich sagen, Shooter, Gears of War, sehr schön, erstellte Playlist, kommt man auch direkt auf die Playlist, wenn man hier durchgeht, ah ja, ist klar, zack, zack, kann man hier durchswitchen, 18 weitere, sehr schön gemacht, unbeliebte Videos, da haben wir was, 107, vor 11 Monaten, Cinematic Games Soundweg von 2013, hört sich richtig cool an, geht eine Stunde lang, also da sehe ich im Hintergrund, das ist von Transformers, ähm, von dem Film, wie das Haussatz angegriffen wird, sehr schön gemacht, auf jeden Fall, ja, gehen wir mal kurz nochmal auf Kanäle, was haben wir hier so, ja genau, da haben wir auch was, die, schöne Kanäle hier, solltet ihr die auf jeden Fall auch mal besuchen, und Diskussion, was gibt es hier so, ja, auch ein bisschen was, eine Information über das Team, alles klar, ja, mein Feedback, sehr coole Idee, auf jeden Fall, dass man auch mal in die Musik reinbringt, von den ganzen Games, und natürlich auch lizenzfrei, die können dann auch andere runterladen, und vielleicht verwenden, wenn sie möchten, sollte ja eigentlich kein Problem sein, ja, ich bedanke mich, und ich werde natürlich den Link auch wieder bei der Beschreibung dabei packen, und dann schaut mal hier ruhig rein, wenn ihr Musik hören wollt, ist auf jeden Fall eine coole Sache, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns bei der nächsten Kanalvorstellung, euer Ivano, ciao!